Na, Micky-Zwerg, da bist du wieder. Schmecken die Sonnenblumenkerne noch, ja? Yummy, yummy, yummy. Oh, ein Telefon. Da warten wir erstmal, ob jemand auf den Abi spricht, ne? Dann können wir immer noch rangehen. Erstmal wieder Hallo sagen, ja. Hasipupi-Bär. Ja, meinst du prima. Immer rein damit. Ja, vollstens. Super. So, und du da so? Wir machen jetzt aber erstmal nur gucken, nicht anfassen, weißt du? Wir müssen erstmal gucken, ob Beipüle irgendwas mitbringt. Toller, Schatz. Bups. Hat einen Zwergel auf den Kopf. Wen wundert das? Da oben knackt eine Flasche. Hallo Zwergel auf den Kopf. Findest du auch spannend, ja? Dass Beipüle wieder da ist? Unverhofft kommt oft. Auf jeden Fall hat Beipüle schon mal guten Appetit. Okay, also meine Flasche knackt doch da nicht so. Okay, du isst dich erstmal voll, ja? Ich komme nämlich an deinen komischen Zeh da jetzt gerade gar nicht ran. Und wenn du dann nachher andere Sachen im Kopf hast, dann gucke ich mir mal deinen Zeh nochmal an, ne? Guten Hunger, mein Scheiß. Jam, 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 jam.